So, es geht weiter mit Pokémon Schwert, jetzt nächstes auf der Route 6, die wir ja schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ja, und wie gesagt, heute werden wir tatsächlich unser nächstes Team mitgefangen, aber vorher steht erstmal hier so ein Trainer am Weg. Eine super süße Pokémon, wir wollen mit allen Pokémon spielen. Na gut, da machen wir das doch mal. Ach Gott, du bist Pipi, bitte. Das ist die mit Pipi-Pixi, ne? Ach Gott, nein. Na gut. Gut, Aquawelle. Schnell, wenn wir dieses Pipi-Maus schalten. Okay, jetzt ist ich erstmal verwirrt. Natronom. Das löst ein Reflektor aus. Jetzt kommen wir bitte die Müssen ein. Hier fließt es schon weg. Okay, das geht noch. Nicht blöd. Es ist auch blöd, wenn es noch spezielle Attacken werden. Verwirrung durch, ne? Down-Reigen. Initiative, stimmt. Nein, nein. Okay. Ist es doch, ist es egal. Ja, du bist natürlich nicht mehr verwirrt. Zwei Runden lang durchgekommen und auch nicht mehr verwirrt. Und löst eine Klammer aus. Aua. So, und jetzt nochmal drauf. So, Pipi ist Gott sei Dank ausgeschaltet. Geradax und Kerada Level 28. Geradax will Bodycheck lernen. Brauchen wir nicht. Und du kommst jetzt mit Pipi. Natürlich kommst du jetzt mit Pipi. Toxin, nichts anderes. Dann machen wir das zuerst. Dann haben wir das zuerst. Das fiege ich nämlich mit einem... Erstmal mit einem Toxin. Erstmal Toxin drauf, damit diese Vergiftung das irgendwann mal selber erledigt. Dann kannst du es nämlich nicht so ewig herhinhalten. Mit jeder ruhig Runde wird ja das Gift stärker. Jetzt hat er aber auch, passt perfekt auch immer die ganze Zeit mit. Mit den Attacken. So, erstmal. Ja, sauber. Sehr gut. Zieht auch gut aus ab. Weißt du, wir können immer schon entgegen allen. So, jetzt kommen wir bitte nicht mal von den Flappen, Feuersturm, Fliegen und was auch immer. Stahlflügel. Fliegersauber. Eben ist es verhalten. Eine Runde danach noch, dann ist es durch. So. So, jetzt ist es ja, weil das Gift wird es jetzt, glaube ich, erledigen. Was? Noch nicht? Zieh dir, Wasser. Ah, jetzt ist es. Bei meinem Glück kommt jetzt die Verbrennung noch hinterher. Das Gift tut es gar nicht. Also trifft denn das Gift nicht. Na, jetzt ist es nicht weg, aber normalerweise, dass wir das Gift ist lockerlegen dürfen. So, Tufel 32, Termin von 27. So, Tufel wird einen Mondgeball zu lernen. Eine gute Fee-Attacke. Dann nehme ich doch den Schlachtbruder mal raus. Dann haben wir eine gute Fee-Attacke sogar. So. Gut, diese Schönheit ist besiegt. Wie gesagt, nochmal, wir haben jetzt in dieser Folge unser nächstes Team. Und die Frage ist, was wird es? Genau. Na ja, jetzt muss ich halt verobachten, oder was? So, Tufel, Kamaya. Und die Boden ist aus dem Bodengeist. Kennen wir ja aus. Schwarz und Weiß. Vierte, fünfte Generation. Ich weiß es gar nicht aus, oder nicht. So, da gehen wir auf Aquaknarre. So, da gehen wir auf Aquaknarre. So, wie sie sich mal Kamaya noch schläftigen. Ich fange so ein bisschen kriege. Bei mir 33 ist das. den zweiten ball ist es auch raus trickschutz noch kein lachschutz aber schwerer so noch eine aqua klar hinterher ich schütze ich noch mehr als immer kacke sehr ich wollte es haben volltreffer hat es gesetzt aber so noch ein bokeball hinterher ja es ist halt stärker ich hab noch 20 biller ich hab jetzt auch plötzlich kein keine status attacke ich darf sie jetzt mal drin normal jetzt gerade und übrigens macabre ja ist das nächste teammitglied eine regionale form an die ich bis jetzt noch nicht gespielt habe vom typ geist und boden oder geist gestein roten geist okay in mein team und ich gehe radax für ross brauche nämlich nicht so und ich versuche mal ein bisschen attacken beizubringen als erstes versuche ich mal auf dampfhals zu gehen geht natürlich nicht alles klar gegenstoß gegenstoß guck mal was es kann der schutz muss ich vor status attacken okay habe ich jetzt trotzdem mal raus vorblick lassen wir mal drin so das lämmer rausnehmen so gut ja wie gesagt haben wir jahre zu bekommen im team da muss ich jetzt gleich gucken dass ich nicht wie die entwicklung ist da gibt es auch so eine besonderheit bei der nächsten entwicklungsstufe da muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken jetzt wollen wir heute diese route jedoch abschließen da gibt es die besonderheit wie sich das entwickelt okay das ist kein problem das kriegen wir hin durchqueren der steinbrücke im sandsturmkessel okay das kriege ich noch hin mit entwicklung mit 49 kp im kampf ich weiß dass sie bleiben dann entwickelt sich dass sie auch da toll also nicht äh 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 jaaa da scheiß schlitzer jetzt noch komm, nimm mal die weg ich brauch, dass die Pee jetzt nicht fangen da komm ich jetzt überhaupt schon hin karte haben sie sie jetzt gehalten, ne? komplett shit, hab ich vorher machen können dann setze ich dann mal nach vorne und muss es runterbringen auf bei 49 sind das 22 ich hab B, dass ich es noch haben darf so, okay, dann weiß ich auch bescheid so, jetzt hast du es geben auf dieses Iguana hier den ich mir auch noch keines haben würde aber ich glaube Iguana, ja, ich dachte mir schon Iguana sind nicht vom Typ normal Elektro dementsprechend okay jetzt geht er durch den Typ Boden ist es egal okay, erst mal auf deinen Scheiß verbrenne ich dich erst mal? okay, du kriegst die ich hab's gar nicht anfangen mit einer Wasserattacke angegiftet zu werden hehe, das sind die Boden nein, ich würd's fangen ich würd's gern gefangen ich hätte es gern noch gefangen mal her mal her mal her ja, aber dann möchte ich keine Wieses ich würd's ja ich würd's ja mal mit ich würd's ja mal mit ich würd's ja mal mit das zickt nicht so rum wie das makaber Jahr was wir da gefangen haben ich würd's ja mal mit ich würd's ja mal mit so dann nehm ich dieses ähm marakamma noch mit das was ich gern dran fangen würde ich würd's ja tatsächlich bitte auf 22kp runterschwächen lassen oh oh aber das ist gut so kann ich mich die gleiche Dicke auslösen so dann nehmen wir den Superball und dann fangen wir's eben kurz sollte jetzt einfacher werden so ja ja das pokémon so marakamma gehört uns oh und Thermoford entwickelt sich zu einem so nächsten Eintrag nämlich ein Fernepod das kennen wir ja von Kabu ja das marakamma kann man direkt mit der Dicke sehr gut ich guck mal gerade wie weit das beim Buckedex aussieht ja gefangen 66 mittlerweile okay so dann nehmen wir das Dusch noch mal mit äh 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 mit meinem Fleck hier auch nach vorne bewusst lass ich jetzt äh äh das marakamma ja noch ein bisschen außen vor ich mach doch mal kurz und krieg das hin das war das äh Steinbrücke im was für ein was für ein Kessel Standsturmkessel Steinbrücke wahrscheinlich die hier ne das ist Giganten Klopatruppe das ist halt schon ein Kessel das ist ja in der Mitte okay jetzt komm ich da ran ah das ist diese Steinbrücke da unten ja ich doch ich weiß welche das ist dann machen wir das doch eben kurz schnell noch ne hier unten da hab ich jetzt hin so ich hab 49 gehabt hier mindestens und es geht um diese Brücke die da vorne ist Där such ich mir grad mal kurz eben noch schnell dann den Pokéball hier hier ist ein Moinschalt okay Und es geht um diese Brücke hier unten. Und die müssen wir durchqueren mit 49 kp. 49 kp Schaden. Und dann entwickelt sich Makava ja. Alter. Das ist eine Regionalform. Okay, das ist toll. Und du möchtest Duckelklaue lernen, okay. Dann nehme ich dafür Würde mal raus. So. Und dann können wir sie mich jetzt hochheilen wieder. Na, jetzt haben wir ja die Entwicklung rausgelöst. Und jetzt könnte ich mich auch Dampfer zu lernen. Eine Bodenattacke endlich. So. Jetzt kann ich einen Horrorblick rausnehmen. Ich greife jetzt ein bisschen voll an. So, was hat er denn schönes? Auch irgendwas, was wir so brauchen könnten. So, kein Dings, ne? Kein... So, wir nehmen Sandkrabben noch rein. So. Und dann gehen wir wieder rüber. Und dann gehen wir wieder rüber. Und dann machen wir heute wieder rüber. Mit der Route 6. Die heute komplett machen weiß ich noch nicht. Ich hab es bislang gebraucht. Weil da ein bisschen was für den Blut passiert ist. So, da sind wir jetzt Route 6 wieder. So, dann nehme ich mir das Diktree mit hier noch schnell. Das hat man ja auch noch nicht. So, da sind wir jetzt... Na gut, das ist schnell, ne? Die Kriege ist nicht ohne. So, haben wir das Diktree mit dir? Oh, bitte. Das klappt. Das klappen wird. Oh, bitte. Jetzt kommt mit Sandsturm, weißt du? Ey, das ist doch nicht normal. Ich mach's ja, ich darf's ja nicht kaputt machen. Nee, sonst würde ich ja... So, jetzt klappt man drin, die krieg ist Diktrin. Jawohl. Diktrin ist noch gefangen, das ist gut. Oh cool, wir haben alle Pokémon in dieser Route gefangen. Scheinbar zumindest. Ah, also, da haben wir ja eben jetzt gefangen. Daher, warum wir diesmal erst nicht fangen, haben wir sogar schon die Weiterentwicklung bekommen. Daher, es gibt ja zwischendurch mal Sonderform. So, ich hab' alles, glaub' ich. Die Diktrin haben wir auch. Ich möchte nur gerne diese zwei Haien, ich seh' noch wie sie. Und zwar Mediziner, mit Gladiandre und Togetic. Also, jetzt haben wir kein Problem, da haben wir nicht Duflo davon, wo Duflo geht noch gerade so. Ne, Duflo geht nicht, warte mal. Ich kann dieses Togetic jetzt gar was. Oder? Ja, ich kann ja dieses Togetic jetzt noch was im Leben. Andere kriegen auch immer Probleme hin, aber das Togetic ist das andere, was mich halt auch ein bisschen ärgern könnte. Hä? Okay, das... Die Kraft. So. Und wir können sie anbumpen. Komm. So, ne, jetzt mit dem Wasser sollen, ist das eigentlich sogar... Reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht das natürlich nicht. Bizarre Verteidigung. Ich würde mich jetzt nicht ohne mit der Fäcke angeben. Ne, aber gut, okay. So, dann gehst du jetzt auf Gladiandre. Und du gehst mit Samenbomben auf das Togetic. So, dann ist das schon mal raus. Ich sag ja, die Weitere werden sehen. Aber die letzte Stufe war auch noch. Und auch wenn du das jetzt festst. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. So, mehrere Level ab. Drei Stücke zusammen. Wirbelwind für FM. Nö, nö. Brauchen wir nicht. Das ist jetzt so ein Klinger. Qua. Komm auf. So. Dann gehst du jetzt auf Aquaville gegen Gladiandre. und auf Gigasaurier. Dann hol ich jetzt mit ein paar Kappel zurück. Prost. Ah, ich hab jetzt Gott sei Dank ein drittes Pokémon da vorne, was ich mir ein bisschen mitziehen kann. Aber, aber, ähm. Es ist mir noch zu wenig. Ich brauch zumindest noch ein paar, dass die Mittel ist. Das dauert auch noch ein bisschen, bis wir das kriegen. Aber dafür lohnt es jetzt. So, dann nehmen wir die Tante hier noch mit. Wie sich da scheinbar das Diktree anguckt. Ja, zwei Pokémon kriegen wir auf jeden Fall erst, wenn wir die... Oder eins kriegen wir auf jeden Fall erst, wenn wir die... Ne, zwei, zwei, also das Dufelweiterwirkung in unser Feuer-Pokémon-Team war dann leider erst, wenn wir nach Route 9 sind, um jetzt das Fahrrad zum Schirm gebracht. So, deswegen dauert das noch einen Moment. Jetzt hab ich den Stress betrieben. So, hast du was? Jetzt komm mal her und ich zeig dir mal, dass du's nicht kannst. Deine, die springen dir gar nichts an den Kampfer. Haha. Video. So, dann gehen wir auf Dampfer.de. Prägt dir, wie gesagt, nichts, wenn du nicht Drucker-Attacken hast. So. Ja, ich kann nichts anderes machen als Botzer. Die sollten eingreifen kann es nicht, da wir den Typ geistern. Ich warte, ob es was Spukball und so können. So, Appertoll Level 34. Dann nehmen wir das hier oben, gehen wir hier hoch. Und da oben befindet sich noch eine Poké-Camperin und ein Item vor allem Ding. Und zwar die Kiffhoff-Täne. Schau, das ist gut. Dann nehme ich dafür Sattgrab raus. Bei Okkartoll. Wenn es dann gehen würde. Naja, okay. Hat sich erledigt. Klappt nämlich nicht. Ich kann sich... Ich weiß nicht, wenn ich bin. So, dann mal das Item mit. Und zwar die zwei Paddelfußsliegen. Ich glaube, wir haben sowieso eins, ne? Ich weiß nicht, komm, komm. Doch, komm, ich da rum. Ich kann mal gucken, ob ich es tatsächlich weiter beliebt bekomme. Bei dir, ja? Kann dir ja tatsächlich Fossilien zum Leben weiterentwickeln. Das heißt, früher, dass ich nur meine Insel war, ist jetzt hier. Hallo, mein Name ist Peter Fakt. Ich erforsche Fossilien. Hm, hast du ein paar Fossile? Müssen wir mal zeigen. Also, mit weichem Fossil glaubst du, meine hohen Standards zu erfüllen? Und mit weichem Fossil willst du mein unschubbares Interesse wecken? Ich lasse Fossilien mit dem Paddelfußsliegen und Fokumann zurückverwandeln. Ja. Na schön. Sehen wir nochmal, ob wir das Rätsel dieser Fossilien lösen können. So, passieren. Wir haben das Fossilien. Ah, das ist gut. Das sollte passen. Bisschen abgeschlossen. Offenbar war die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Können wir richtig gut fühlen, dass dieses Pokémon unzeitlich die Kala-Regierung gestreckt ist. Das ist gut, dass wir jetzt auf, ja? Und wir kriegen leckere Yoda. Und zwar Pokémon Ice Electro. Und da sind wir zum ersten Mal ein Team. Zumindest mal ein Team. Und zwar für Iguana. Ist das aber auch kein festes Teamglied. Mal abgesehen davon. So. Okay. Ich hoffe mal, ob ich hier weitermachen kann, weil hier muss ich noch nicht runter. Ich weiß gar nicht, wie weitermachen mittlerweile sind von der Zeit her. Damit müsste ich hier sogar einen Cut setzen. Wo können wir nicht hin? Oh, das sind Diktri. Okay. Ich glaube, wir haben sowieso alle Pokémon hier auf der Route. Und scheint es wohl nur Iguana und so zu geben. Iguana, Diktri und Makarai, ja. So. Dann haben wir das auch weg. Dann gehen wir hier wieder runter. So, und dann gehen wir hier hoch. Da habe ich noch eine Trainerin. Die hat es ja eben schon ein bisschen gesehen. Ich lasse die gerade mal links außen vor, weil ich will mal kurz hier noch runter gucken. Die nehmen wir gleich mit. Die ist auch noch einer. Aber die möchte tatsächlich nicht... Nee, kann ich nicht spielen. Das kann ich nicht. Und zwar, und zwar, und zwar ist hier ein Item. Was ich mir gerne mitnehmen wollte. Das sind nämlich die TM Stahlflügel. So, da nehmen wir uns die Trainerin noch mit. Jetzt haben wir hier. Was haben wir hier? Uh, jetzt war ich. Das ist jetzt ein Thema. Wir haben, äh, sind alle Pokémon. Diese Rote. Neh ich mal mit. Und so geht. Jupp. Da drin. Däsche. So, 29. Dann kann es ab. Und dann. Eindruck für 12. Nehmen wir mal mit. So, die Trainerin hier oben. Dann haben wir noch drei Trainer und dann sind wir durch. Und zwar Diotesto. Gut, wir haben Karadonis noch mal gesehen. Wir haben Diotesto. Der wahrscheinlich genauso, wenn wir noch ein Brück gleich, weil wir dann die letzte müssen. Weil, das macht am meisten Sinn natürlich mit einem Geist-Pokémon dann gegen, äh, gegen einen Kampf-Pokémon anzutreten. Du weißt, der nächste Trainer nicht. Oh, das könnte die Vorteile, wenn wir die nächste Arena, ne? Weil die nächste Arena dürfte ja noch eine Kampf-Arener sein, eigentlich, oder? Weil dann dürften wir eigentlich tatsächlich mit einem Kattel oder mit Pokémon definitiv ihren Vorteil haben in der nächsten Arena. So, dann gehen wir mal auf Duckelklaue. Weil dann nicht dürfte, der nämlich nichts machen können. Ne? So, der ist komplett... Der kann gar nichts machen. Der ist komplett wirkungslos. Oder machtlos. Zählt zwar noch ein bisschen was aus, aber, ähm, jetzt kann ich gar nicht um sich angreifen. So, Lecriodon L13. Zeh, da muss ich das bekommen. Es gibt ja noch ein anderes, was hier. Ich weiß noch nicht gerade, welche für Typen das sind. So. Ach, ich weiß nicht, ich werde da runter. War doch schon richtig genug. Ich habe das Item schon gesehen. was da ein Sonderbomong ist. Und jetzt möchte ich diese Segwara noch gegen jetzt kämpfen. und nein, das ist ein Zwirrlicht. Aber das haben wir auch gerade schon gefunden. In der nächsten Folge gucken wir uns dann den Postback an. Und jetzt mach ich jetzt die Feierabend. Das ist mir tatsächlich zu viel noch von der Länge her der Folge. Ach, ich habe zwei Trainer noch. Die kriegen wir noch hin. Oh, warte mal. Ne, machen wir tatsächlich noch nichts. Ich mache jetzt die Feierabend. Ich weiß nicht, wie lange wir mit der Folge dran sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir die zwei Trainer an und gucken, ob wir uns ein Passback ein bisschen um. Bis dahin und wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert.